Oh nein, ich bin echt gerade im Flash. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Es wird knapp, es wird sehr knapp und sehr hässlich. Also jetzt im Endeffekt. Ich habe mich versucht... Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Master Wilders zusammen mit Sturmwaffel. Die beiden sind die besten Hühnchen überhaupt. Ja, wir müssen ein Hühnchen bauen. Und was mache ich dann natürlich als allererstes? Ich lege mir hier erstmal gebratenes Fleisch hin, damit ich weiß, wie in etwa ich den Schenkel formen soll. Echt? Ernsthaft? Hühnerspawner. Nee, Spawneier. Kann man nicht Hühner auch irgendwie spawnen? Ich brauche doch erstmal eine Vorlage hier. Stimmt. Doch, da sind die Spawneier. Jetzt will ich es wissen. Hoffentlich einfach mega Zeit gerade draus gehen lassen. Stimmt, ey, ich mache das auch. Das ist voll die gute Idee. Das ist richtig gecheatet. Da, wo ist ein Huhn? Oh, okay. Wir haben Chicken. Chicken. Das ist ja voll gut. Das ist echt eine gute Vorlage. Okay, da. Jetzt brauchen wir noch Wolle. Okay, das ist echt eine super gute Idee gewesen. Rote Wolle nimmt er sich auch. Und orangene Blöcke. Ey, das ist echt eine miese Brise. So, und jetzt auf geht's, Hühnchen. Wir machen das. Wir bauen euch mal eben. Zack. Und warte noch. Oh Mann, ich habe jetzt nur noch Angst, dass das... Oh, jetzt mache ich hier schon Ms. Jetzt mache ich hier schon Ms. Jetzt geht's los. Er dreht durch. M ab Ms. Oh, meine Hühnchen, die explodieren schon. Ja, wenn du die hinfallen lässt, ne? Ja, oder wenn man gegen die einmal schlägt. Das können die auch überhaupt nicht ab. Dann werden die direkt aggressiv. So. Hühnchen, zeig mal her. Gott, ey. Die Beine. Man hat so wenig Zeit, ne? Wie schnell 5 Minuten vorbeigehen können. Oh ja. Sieht man dann echt mal wieder. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, ey. Ich habe das viel zu groß gebaut. Ich auch. Ich bin grad erst mal ansatzweise beim Körper, ey. Och Mann. Oh nee. Das ist viel zu groß bei mir. Das kann ich nicht schaffen. Ohne Witz nicht. Das habe ich noch nie geschafft. Meine Ex legen gerade. Oh Gott. Oh Gott. Nur das Gesicht. Die Flügel auf die Flügel scheiße ich. Ist mir egal. Ist mir egal. Ja, das ist, glaube ich, echt das Beste, was man gerade machen kann. So, schon mal. So, zack, 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 zack. Okay, Körper habe ich. Ähm. Was? Wie schnell bist du denn? Wie wirst du gemacht, Gesicht? Okay, ich glaube, ich check's. Ach nee, Quatsch habe ich nicht. Ich habe ja oben noch gar nichts zu. Oh Gott, nein. Und ich habe unten noch gar nichts zu. Ja, egal, egal, egal. Ja, egal. Offenes Huhn. Offenes Huhn. So einfach Chickenstücke da rein. Oh Gott. Die Hälfte ist gleich rum. Die Hälfte ist genau. Oh Gott, nicht dein Ernst. Wir können quasi runterzählen. Jetzt rum, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ey. Das beruhigt mich aber, weil ich... Ja, aber nee, irgendwie auch nicht. Ich habe gerade wieder so viel hier noch. Zack, 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 zack. Okay, gut. Das habe ich hier. Oh nee, das muss diesmal was werden. Das muss diesmal was werden. Ich möchte den ersten Platz. Ich möchte den ersten Platz. Ich möchte den ersten Platz. Okay, gut. Das ist pure Panik gerade bei mir. Große Ambition. Da war das mit dem Drachen aber viel entspannter. Wirklich. Ich wollte gerade sagen. Da muss ich sofort... Da brauchte ich auch keine Vorlage. Oh Gott, oh Gott. Okay. Okay, Hütchen. Der Kopf jetzt. Oh nee, der ist ja richtig groß. Zwei Minuten noch. Oh, jetzt beginnt das hier. Oh, wie groß. Jetzt wird mir aber warm hier beim Bauen. Oh Gott, ja. Ich habe auch schon... Ey, mein Finger tut richtig weh gerade. So, okay. So, kurz den hier. Oh nein, sieht das hässlich aus. Hühnchen, das tut mir leid. Obwohl, nee, bei mir sieht es eigentlich ganz cool aus. Boah, das ist glaube ich echt das Beste, was ich bis dato gebaut habe. Nur dank deiner Hilfe. Ganz mies. Ganz mies. Stimmt, die haben ja hier so an der Seite die Augen, ne? Oh nein, ich bin echt gerade im Flash. Ich bin... Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ah, es wird knapp. Es wird sehr knapp und sehr hässlich. Also jetzt im Endeffekt. Ich habe mich versucht, so am Original irgendwie festzuklammern, aber... Es ist einfach nur asymmetrische. Es ist sehr hässlich. Symmetrie ist mir nicht bekannt. Symmetrie ist mir nicht bekannt, ja. Aber manchmal muss man auch auf Dinge verzichten. Will ich schau mal kurz so? Oh nein, nein, nein. Nein, noch eine Minute. Oh Gott. Oh Gott, das wird tatsächlich sehr, sehr knapp. Oh Gott. Oh, warum habe ich... Oh Gott, nein. Habe ich den angefangen zu bauen? Was ist denn los? Weiterhin. Hütchen, warum seht die denn so komisch aus? Was ist das denn? So, das merkt eh keiner. So, jetzt noch so kleine... Habe ich hier noch gemacht irgendwie? Das sieht irgendwie da... Ey, jetzt sieht es ganz cool aus. Oh Mann, herrlich. Okay, okay. Äh... Warte. Oh, ich habe noch so eine gute Idee, wenn das funktioniert. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Warum sind die Augen denn an der Seite? Wo sind die Eier verdammt nochmal? Schwarz, wo sind schwarze Blöcke? Hier sind schwarze Blöcke. Ich bin echt, also ohne Witz, ich habe es gerade noch so geschafft. So einigermaßen und ich bin ganz zu... Scheiße, das war doof. Das war... Okay, ich habe es glaube ich. Ich habe es glaube ich. Ich habe es glaube ich. Ich bin... Ich bin okay zufrieden damit. Nein. Nicht zufrieden, ich bin okay zufrieden damit. Ja, ich bin auch ganz okay zufrieden damit. Das geht besser. Das sieht gut aus. Okay, das hat irgendwie... Das sieht auch ein bisschen... Das ist ein Gut. Das ist ein Gut. Im Gegensatz zu deinem. Deins war dann ein bisschen detailgetreuer. Ja. Also ich finde das schon gut. Ja. Das ist ein Gut. Gib ich ihm mal ein Gut. Das ist bei mir auch ein Gut, ne? Alles mega gehackt hier, aber ist ein Gut. Ich werde wieder erraten wann du dran bist. So... Okay, das könnte auch von mir sein, aber... Wegen dem TNT. Aber ne, ne. Komm und Sturmi steht auf dem Schild. Wuuu. Echt jetzt? Und das TNT ist bestimmt für mich da. Oh. Okay. Das ist auch gut. Auf jeden Fall. Das ist auch definitiv. Jan, der krasser. Weil der krasser ist als andere anderen, der Jan. Oh, das ist deins. Das ist nicht deins. Der Schnabel ist ein bisschen mehr. Das ist nicht deins, weil du hattest eine viel bessere Vorlage. Du würdest niemals so ein Schnabel bauen. Das sieht schon cool aus, so. Also du bist schon... Das ist nicht deins. Ja, schade. Natürlich nicht deins. Ja. Okay. Das bist du! Ha! Ey, das ist echt gute Idee. Naja. Mr. Moore-Game, Alter. Mr. Moore? Mr. Moore? Das ist bestimmt Muri. Einfach so. KFC, Grüße an. Das schicke ich ihm gleich auf Twitter. Das ist so lustig. Einfach checken und er macht... What the fuck? WTF? Das ist modern Hütchen. What the fuck? Roboter-Hütchen. Das ist meh. Was ist das für ein Wort? Einfach nach dem Hut. Die Füße? Das sind die in uns. Sorry in den Chat. Sprengt es. Oh, ja. Ist in die Luft geflogen. What the fuck? Ah. Das ist auch nicht so. Oh, das ist süß. Obwohl auch hier wieder sowas in der Umgebung gebaut wurde. Oder ist das? Soll das ein? Das kommt doch von dir. Ja, das kommt von dir. Meinst du? Ja, 100 Prozent. Also ist es schon. Natürlich. Oh, ich muss doch bewerten. Das bist nicht du. Ne, das bin ich nicht. Ich hätte dir echt zugetraut, dass du noch so ein Ei daneben baust. Ja, wer weiß. Ah, hier die Hütchen. Das bist du. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Also es ist schon offen. Ne, doch nicht. Es sieht schon super aus. Muss man sagen. Ja, ist schon gut. Ist schon gut. Wäre so geil, wenn einfach einer jemanden so ein Chicken gespawnt hätte. Und das wäre alles gewesen. So ein Chicken-Spawn. Ja. Als Gag so. Weißt du? Die Eier kommen von dir hier. Oh, das ist aber gut. Das ist aber gut. Jetzt gibts doch zu. Ja, komm. Du verrätst dich immer, weil du sagst bei jedem bei deinen. Das ist schon amazing. Nein, also die anderen waren auch amazing. Na, ist schon amazing. Ich hab dir sogar ein amazing gegeben. Echt? Ja. Oh, herrlich. Aber deine Augen, die Idee war echt cool. What the fuck geht denn hier ab? Warum haben die immer vier Beine? Haben die alle noch keinen Huhn gesehen? Das ist so ein Hund-Huhn. Hund-Huhn. Habe verkackt. Schreib mal schon im Chat. Jetzt hat er mal bei anderen gesehen, wie ein Huhn aussieht. Nein, ey. So. Kommt jetzt schon die Auflösung? Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon. Oh, Zweiter. What? Nice. Ich bin Vierter. Steht da rechts. Oh, es gibt ja Streit hier. Es gibt Streit. Es ist schon eine Schiebung. Kann man doch einfach mal so sagen. Es ist Schiebung. Schiebung. Auf jeden Fall. Das geht auf jeden Fall in eine Revanche-Runde irgendwann anders. So. Jetzt muss ich erst mal Muri auf Twitter ein kleines Bildchen zukommen lassen. Und hoffen wir mal, dass euch diese Runde gefallen hat. Wir haben gerade eben schon viel Stobies-Kanal in einer anderen Runde aufgenommen. Die war auch hammerlustig. Wir haben da wieder gut was gebaut, gut was fabriziert. Schaut dort auf jeden Fall vorbei. Und ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und sage jetzt haut rein und tschö mit Ö. Ciao mit Vau. Vielen Dank.